Machst du dir Sorgen um das Kleeplatt, Chris? Also wenn man sich die aktuellen Baustellen anschaut, die eigentlich in sämtlichen Bereichen liegen, also defensive, trotzdem noch offensive, Grundlagenbereich, dann, ja, wenn ich mir das so vor Augen führe, dann mache ich mir Sorgen um die sportliche Zukunft der Spielvereinigung. Ist das Kleeplatt eine einzige Großbaustelle, so wie manchmal führt, wenn man von einer Baustelle in die andere fährt? Es wirkt irgendwie ein bisschen so. Momentan schon, also die Gesamtheit des Spiels gegen Köln gibt mir jetzt auch nicht so mega große Hoffnung. Dass es mit der Fitness offensichtlich hinhaut, wurde einem auch mal wieder ganz gut dargelegt, wenn man sich die zweite Halbzeit und so anschaut und dann überlegt, wie viel da noch kommt. Ja, da ist es jetzt gut, dass Pause ist und dann muss man ganz viel Hoffnung in den nächsten Stint setzen. Und vor allem gehen wir jetzt mal davon aus, dass man das auch so weitermachen wird. Also man wird jetzt einfach weiter trainieren, zwei Wochen. Es gibt angeblich ein internes Testspiel voraussichtlich gegen, also ob man überhaupt so 22 Spieler hinbekommt dann, und nach diversen angeschlagenen, oder dass verschiedene Spieler angeschlagen waren, verschiedene Spieler verletzt sind, andere müde sind, andere unterwegs sind. Aber es wird ein internes Testspiel geben. Aber es sieht ja nicht danach aus, als ob man größere Dinge personell bewegen würde. Habe ich auch mit Holger Skiwagner besprochen, gab es einen Artikel auch dazu. Deswegen bleibt uns einfach nur zu hoffen, dass es einfach irgendwie wieder gut wird, wie so mit einem Fingerschnippen. Ja, ich würde auch vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz wählen, auch nochmal auf der Trainerposition. Aber danach sieht es ja jetzt erstmal nicht aus. Von daher, ja, muss man hoffen, dass es dann mit einem guten Heimspiel nach der Pause ordentlich weitergeht. Und ein Heimspiel gegen den Karlsruhe SC, war jetzt das letzte Spiel gegen den Karlsruhe SC. In Karlsruhe haben wir damals hier ja auch ausführlich besprochen, da kommt schon eine gewisse offensive Bucht. Gut, die hat man jetzt in Köln auch erwartet und die kam auch nicht unbedingt. Aber vielleicht sollte man gar nicht so viel schon über Karlsruhe sprechen, sondern erstmal über Köln und dann vielleicht auch mal jetzt diese Länderspielpause nutzen, um nach einem, ja, mittlerweile Drittel der Saison, über ein Drittel der Saison, auch mal über die grundlegenden Probleme, die du vorhin schon angesprochen hast, zu sprechen. Nämlich zum Beispiel die Fitness. Wozu es ein paar Aussagen von Trainer Leo Haas gab, die jetzt auch nicht unbedingt mutmachend waren. Ja, wie ihr merkt, wir haben sehr viel zu besprechen in dieser neuen Folge des Vörter Flachpass. Wieder mal sehr viel zu besprechen, denn das Kleeblatt beschäftigt uns, beschäftigt alle. Man sieht es auch in der Facebook-Gruppe zum Vörter Flachpass und in diversen anderen Kommentarspalten. Jeder will irgendwo hin mit seinen Gedanken. Jeder muss irgendwie fertig werden damit. Wir liefern unseren Teil zur Aufarbeitung mit dieser neuen Folge, wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Der Vörter Flachpass wird Ihnen präsentiert vom Immobilienteam der Sparkasse Fürth. Kaufen, verkaufen, finanzieren, absichern und modernisieren. Alles aus einer Hand. Sparkasse Fürth. Ihr Ansprechpartner in Sachen Immobilien. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur 197. Folge des Vörter Flachpasses. Auch in dieser, ja, schon fast nächsten turbulenten Vierter Fußballwoche nehmen wir in der gewohnten Besetzung auf. Nämlich mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Bevor wir uns dieser Analyse des Spiels beim 1. FC Köln widmen und der Analyse des Saisonstarts, müssen wir noch ganz kurz über die vergangene Folge sprechen. Denn ich hatte ja erwähnt, dass ich mich nicht erinnern kann und auch du, Chris, nicht. Er war zuletzt im Rohnhof, der sofort eingestellt wurde. Aber auf unsere Community, auf unsere Hörerinnen und Hörer ist Verlass, denn es haben sich mehrere Menschen gemeldet, sogar sehr detailliert gemeldet. Danke nochmal an alle, die das getan haben. Denn in der Bundesligasaison 2012-2013 beim 0-3 gegen den damaligen Tabellen vorletzten TSG Hoffenheim. Im März 2013 war das das Kleeblatt 18. Hoffenheim 17. Da war der Abstieg ja schon so gut wie sicher für die Spielvereinigung beim ersten Bundesliga-Ausflug. Da wurde der Support auch nach einem relativ frühen 0-3 eingestellt. Und es gab sogar, das hatte ich tatsächlich komplett verdrängt, einen imaginären Torjubel. Und am Ende hat das Kleeblatt 4-3 gewonnen. Das war der erste Bundesliga-Heimsieg der Viertergeschichte, zumindest in den Köpfen und Herzen der Vierterinnen und Vierter, weil es hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Nämlich, naja, so acht Jahre ungefähr. Achteinhalb Jahre, oder? Ja, achteinhalb Jahre ungefähr hat es gedauert. Bis zum nächsten Vierterheimsieg. Jetzt kommt es so langsam wieder zurück, ne? Es wird langsam präsenter wieder in unseren Köpfen. Ja, auch wenn ich immer noch auf den ersten echten Bundesliga-Heimsieg warte, aber gut. Ich weiß nicht, wie viele es Leute da noch so gibt, aber ich warte immer noch auf einen normalen Bundesliga-Heimsieg und hoffe natürlich, dass man den auch irgendwann erleben kann. Ich würde mal darauf tippen, dass du in dem nächsten Jahr ihn erstmal nicht erleben wirst. Nee, eher nicht. Insofern muss ich dir diese Hoffnung jetzt mal nehmen und auch allen, die diese Hoffnung insgeheim noch hatten. Und auch da nochmal ein Dank an Johannes, den Mann hinter der Fotopage spielfragenfurt.com und hinter der sehr schönen, sehr empfehlenswerten Seite Faszination Fürth auf Instagram, von dem es jetzt ja auch eine Ausstellung gibt in der Fürther Volkshochschule. Könnt ihr noch anschauen mit den besten Aufnahmen von dem besten Fotografen Fürth. Er hat mir auch zwei Fotos geschickt, also auch er, offenbar fleißige Hörer dieses Podcasts. Freut mich. Zwei Fotos von Beginn des Jahrtausends, denn da wurde der Support nochmal eingestellt. Also wir wissen jetzt quasi die gesamte Fanszene-Geschichte, was das Einstellen des Supports angeht. Mag jetzt mal nicht so interessieren, aber zumindest der Vollständigkeit halber ganz kurz. Denn 2000, als die Nordtribüne noch kein Dach hatte, noch lange kein Dach hatte, gab es beim Spiegel gegen Alemannia Aachen damals auf dieser fast leeren Nordtribüne ein Plakat, ohne Leistung, keine Rotzlöffel, in Klammern Fans, Fragezeichen. Und 2005 beim Heimspiel gegen Oberhausen wurde ebenfalls der Support eingestellt. Es gab einen Boykott und da gab es einen Spruch von mit dem Wortlaut, wir passen uns eurer Leistung an. Ja, insofern gab es das alles schon mal. Es ist vielleicht gar nicht so besonders gewesen, aber zumindest in der jüngeren Vergangenheit, wir wissen ja auch, dass unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast auch viele jüngere Menschen sind, war das vielleicht für manchen und manche ganz kurz mal interessant, ein bisschen in die Vergangenheit zu blicken. Im Jahr 2000 dürften ja manche vielleicht noch gar nicht geboren sein, diesen Podcast hören. Insofern, ja, auch vor eurer Geburt gab es schon Unzufriedenheit seitens der Fans mit der Mannschaft. Aber wenn wir schon über Unzufriedenheit sprechen, dann springen wir doch einfach in die Gegenwart oder zumindest in die jüngere Vergangenheit, nämlich in den Samstagnachmittag. 0 zu 1 beim 1. FC Köln in der 94. Minute kriegst du was wie einer von 1500 Menschen in Köln. Wie hat es sich angefühlt in der 94. Minute dieses 0-1, dieser Tiefschlag? Das hat einfach nur genervt, weil man sich da schon gefreut hat, dass bis jetzt noch kein Köller-Alarv durch die sehr, sehr, sehr stabile Stadion-Lautsprecheranlage kam. Also dieses Köller-Alarv ist dann schon imposant, aber jetzt nicht unbedingt, weil die Leute das so laut mitmachen, machen sie schon auch. Aber vor allem, wie laut diese Stadion-Lautsprecheranlage sein kann, ist schon brutal. Also das hat schon gut in den Ohren gescheppert. Und ja, dass das dann mit der letzten Aktion so kommen musste. Ich meine, es gab ja sehr viele Ecken auch im Vorfeld dieses Tors. Dann in der zweiten Halbzeit kam sowieso schon wenig. Aber ja, ich finde, ein Unentschieden wäre trotzdem okay gewesen für das Spiel, das jetzt allgemein nicht super besonders war. Also ich fand die Stimmung für 50.000 Leute schwach. Ich fand den Gäste-Support nicht stark, war zahlenmäßig. Also an sich, die Leute, die dabei waren, 1500 ist gut. Das, was stimmungstechnisch dabei rumkam, ist für 1500 mangelhaft. Ansonsten, das Spiel war auch nicht gut. Die Leistung war ja okay. Also das wäre alles perfekt gewesen. So ein 0-0, mit dem keiner so richtig was anfangen kann. Das wurde das Spiel dann auch noch so dann verliert nach einer Ecke, in der der Torwart drunter durchsegelt. Mit der letzten Aktion hat es schon sehr wehgetan. Aber es war ja gar nicht die letzte Aktion, denn es gab noch eine letzte, letzte Aktion, nämlich Gideon Jung, über den müssen wir auch reden. Also man sieht es auch an den, es gibt schöne Fotos vom Kollegen Wolfgang Zink und von Melanie Zink, wie die vierter Spieler fassungslos im Tornetz stehen. Und Gideon, also ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er kommt völlig frei zum Kopfball. Und das wäre natürlich auch nochmal so ein gefühlter Sieg gewesen nach dieser Niederlage, also nach der Drohnen-Niederlage, wenn man dann noch das 1-1 in der 96. macht, nach dem 0-1 in der 94. Und er setzt einfach einen komplett freien Kopfball in die Arme des Torhüters. Also es ist nicht das erste Mal, aber es ist schon erschreckend. Also für einen 30-jährigen Abwehrspieler, der schon seit 80 Bundesligaspieler hat, zum wiederholten Mal einen komplett freien Kopfball aus fünf Metern in die Arme des Torhüters zu setzen, noch dazu in so einer Situation, um dieses beliebte Wort zu verwenden, schwierig. Ja, auch weil es dann auf der Seite des Gästeblocks war. Also ich habe die Aktion leider gut gesehen. Also ich habe viele Aktionen nicht gut gesehen. Ich hätte auch die Aktion nicht unbedingt sehen müssen. Das war dann schon traurig. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar abseits gewesen. Das sah so aus, als hätte der Innenrichter noch die Fahne gehoben. Aber ich glaube, die Statistik ist dabei auch nicht mit drin. Aber es ist ja egal. Also dem muss er trotzdem, also was er da macht, weiß ich nicht. Aber er ist, wie gesagt, zum wiederholten Mal völlig blank ist da durch. Und dann muss er den auch erst, also er muss den einfach reinmachen, was danach passiert. Kann natürlich auch sein, dass es das dann nochmal mehr bricht, wenn man dann noch in der 90. Plus, das wäre das sieben oder so gewesen, wenn man da nochmal den Ausgleich macht vor den eigenen Fans direkt so von der Seite auch, ein kurzer Weg zum Gästeblock. Das wäre natürlich krass gewesen. Das wäre vielleicht noch trauriger gewesen, wenn das einem wieder, oder hätte man das dann den Fans nochmal weggenommen. Aber so war das schon. Also wenn ich dann schon wenige Chancen habe und wenn ich dann nochmal so eingeladen werde, doch noch einen Ausgleich zu machen und den einen Punkt zumindest mitzunehmen, dann, also Gideon Jung muss den Ball im Tor versenken. Und wie er den Kopfball dann setzt, mit dem Aufsetzer ganz schwach auf Marvin Schwäbe, ist schon, ist wirklich, also überhaupt nicht gut. Er hatte schon so viele freie Kopfbälle, der hat so wenig Tore draus gemacht. Zwei, oder? Bin ich jetzt im Kopf, habe eins in Lautern und eins gegen Münster. Die zwei habe ich jetzt von ihm. Waren auch beides Kopfballtore nach Ecken oder nach Freistößen, zumindest nach ruhenden Bällen. Aber es hätten aber schon sieben oder acht sein können. Ja, fast müssen. Also das ist schon keine gute Ausbeute. Ja, es sind auch nicht seine Wochen unbedingt. Ich glaube, es sind wahrscheinlich keine Wochen von irgendwem. Und Gideon Jung wurde sehr spät eingewechselt und hat dann auch noch seine fünfte Gelbe abgeholt. Also das ist natürlich nicht seine Wochen. Denn er wird dann beim nächsten Heimspiel gegen den KSC, das wir vorhin schon erwähnt haben, auch noch gesperrt fehlen. Also gut, jetzt momentan haben wir ja eh nicht wirklich gesetzt. Hat offenbar ja auch länger anhaltende gesundheitliche Probleme, körperliche Probleme. Aber diese gelbe Karte war auch, also man war bezeichnet, dass er irgendwie für so ein bisschen so, ja, Wortgefecht mit minimaler Schubserei. Klofoska mit Downs, oder? Also mit einem Kölner, vor allem dieser vielen Freistöße und Ecken am Ende. So kleine, ja, Techtel, Mächtel, um dieses schöne Wort zu nutzen. Hatte und dafür hat er dann Geld bekommen. Michalski hat ja auch Geld bekommen für Schimpfen einmal. Also zwei Innenverteidiger für Worte. Gelb ist auch nicht gerade glücklich. Michalski hat es ja gern gut gemacht, trotz der gelben Karte. Aber auch das, ja, nicht wirklich gut. Und wenn wir jetzt gerade schon bei der letzten Aktion sind, müssen wir das Spiel chronologisch nacherzählen. Dafür ist auch zu wenig passiert vielleicht. Du hast es vorhin gesagt, mangelhaft. Das war auch die Strafraumbeherrschung von Nowell Null, bei diesem 0-1. Also das war kein wirklich großes Foul, das er da reklamiert hat. Nein, nein, das ist ja Quatsch. Also man sieht es ja auch, wie lange er noch erst auf dem Boden ist. Also er liegt ja dann am Boden, schaut dem Ball nach, sieht, dass er beim Tor ist. Selbst dann dauert es noch mal gefühlt zwei Sekunden, bis er dann merkt, okay, ich habe Scheiße gemacht jetzt. Was mache ich jetzt? Und dann merkt er gefühlt kurz, okay, mein letzter Ausweg ist da noch, auch was zu reklamieren. Aber er hat da einfach den Ball schlecht eingeschätzt. Geht da hin, macht es nicht gut. Und dann war der Weg für den Kölner Kopf frei. Das Tor war frei. Und sie konnten dann natürlich vor ihrer Kurve schön den späten Siegtreffer bejubeln. Und Maxi Dietz hat auch, sieht man auf mehreren Bildern in der Wiederholung, ihn auch laufen lassen, den Damien Downs. Also auch das, wenn wir wieder beim eng am Mann verteidigen sind, hat ja auch Alex Zorniger schon im Sommer gesagt, dass da Maxi Dietz noch Schritte machen muss. Also er fußballerisch ja oft viele gute Spiele schon abgeliefert hat, aber dass er halt in diesem eigentlichen Verteidigen noch Schritte machen muss. Und das hat man jetzt da dann auch wieder gesehen, wenn er halt den Torschütz einfach laufen lässt. Klar, der ist ein wuchtiger Angreifer, der dann einfach in den Ball reinläuft, aber trotzdem sieht es auch nicht gut aus, wie er ihn einfach aus den Augen verliert. Also es war jetzt nicht so, dass dieses Tor komplett glücklich war, sondern es war dann wieder eine Verkettung von unglücklichen Umständen oder schlechten Aktionen. Also sowohl von Dietz als auch von vor allem Noll natürlich. Und war eh komisch. Ich fand ihn eigentlich relativ sicher, Nahuel Noll im Spiel. Zu der ersten Halbzeit auch mal so sehr weit, also gefühlt über den Elfmeterpunkt hinaus, im Vollsprint rausgerannt, hat den Ball weggefaustet aus dem Strafraum, war auch so im Passspiel sicher, hat ja auch, kommen wir gleich drauf, die größte vierte Chance eingeleitet mit einem guten, langen Ball, sehr platzierten Ball auch. Und da aber in der Schlussphase plötzlich sah das ganz komisch aus. Er hat zweimal den Ball dann so ins Seiten ausgekickt und das war dann einfach so die logische Folge, dieses zweimal den Ball ins Ausschießen, also verunsichert war, dass er sich dann auch bei dieser Flanke irgendwie so verschätzt hat. Ich weiß nicht, woher das kam, diese Unsicherheit, weil die war plötzlich einfach da. Also sie war in der ersten Halbzeit nicht da. Vielleicht war es die Kulisse, vielleicht war es die generelle Verunsicherung der Mannschaft, aber das kann ich mir irgendwie nicht erklären, weil es bei ihm ja auch nicht so war, bislang, dass er irgendwie größere Unsicherheiten hatte. Tja, sonst verlebt man dieses Spiel dann eben. Ja, strahlt leider irgendwie auf alle aus, aber dann, es war, ja, trotzdem, also das Spiel in der Gesamtheit passiert ja die Ballbesitzstatistiken, die Schussstatistiken. Ich denke, wenn man so eine Verteidigungslinie oder so sieht oder durchschnittliche Positionierungen, dann sieht das bestimmt auch nicht super toll aus bei der Spielvereinigung. Also war alles sehr, sehr tief. Klar, man war einfach nur drauf bedacht, wahrscheinlich zu mauern und irgendwie das 0-0 zu erzwingen oder dann zumindest zu schauen, es war kein Gegentor kassiert. Na wirklich, also es war ja auch eine Fünferkette. Ja, es war keine Dreier- oder Fünferkette, es war eine Fünferkette. Es war eine Fünferkette und dann waren zwei wirklich sehr tiefe Sechser davor und ja, je nachdem, was in der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen anders aus in der zweiten Halbzeit. Und irgendwann war es auch wieder ein 5-4-1. Teilweise war es so 5-3-2. Also ja, es war alles sehr, sehr tief, sehr, sehr eng. Und dann ist es auch irgendwie klar, dass man nicht sehr viel zulässt, wenn man es nicht, also, nicht die durchschnittliche Positionierung der Spieler anschaue, dann ist es klar, dass die Räume sehr, sehr eng werden. Ich glaube, die Kölner haben es trotzdem nicht gut gemacht, weil sie schon einige Abschlüsse hatten, die sie aber auch einfach versetzt haben. Es waren dann viele geblockte Schüsse, das war auch sehr gut. Aber ansonsten, ja, hatte schon einen Auftritt da. Es ist dann einfach so, wenn ich diesen Ansatz habe und dann, wenn ich auch noch zwei so gute Chancen in den ersten 20 Minuten habe, dann muss es halt reichen. Und so war das dann in der Summe einfach trotzdem zu wenig. Also es ist dann vielleicht okay, wenn man das Spiel verliert, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, aber sicherlich trotzdem brutal unnötig, weil die ersten Chancen gehören, die ersten Großchancen gehören der Spielvereinigung. Ich glaube, nach sieben Minuten. Siebte Minuten langer Ball von null. Furtkei durch, ja. Wirklich ein krasser Ball. Also der war perfekt temperiert. Der war wirklich gut. Also wie er runterkommt, wo er runterkommt, Neufurtkei kann ihn komplett direkt mitnehmen. Läuft schön in der Mitte von den beiden zentralen Verteidigern durch. Ist dann ganz einfach Marvin Schwäbe, der auch weit draußen ist, der hohes Risiko geht. Und eigentlich, wenn Neufurtkei das Tempo mitnimmt, nach links einen kleinen Abstecher macht und dann Marvin Schwäbe umkurvt, da hat er normalerweise keine Chance, weil er ihm schon direkt im Gesicht steht. So macht Neufurtkei das, was Marvin Schwäbe hofft. Er beugt sich ein bisschen dem Druck des Torwarts, schließt ab, schließt auch nicht super gut ab, also hebt ihn jetzt auch nicht über den Torwart drüber. Und dann ist es so, wenn er natürlich die Distanz so extrem verkürzt hat, dann ist der Winkel für den Torwart relativ gut und deswegen macht er den Ball nicht rein. Ja, da hätte es 0-1 stehen müssen eigentlich fast schon. Ja. Und dann 13. Minute. Auch wieder so komisch, also irgendwie, es war von Julian Green, glaube ich, so ein Klärungsversuch. Da hat ein Kölner ihn auch nochmal ganz komisch geklärt. Also so zweimal so ein ganz komischer Ball. Und dann setzt sich Massimo, der ja wieder als Stürmer spielen musste, setzt sich eigentlich dann gut durch, körperlich auch, bleibt stabil. Sascha Bosé läuft durch und dann, ja, kann man jetzt sagen, der Ball wird ihm in den Rücken gespielt. Also er war von Massimo jetzt auch nicht perfekt gespielt, hat er aber auch Gegnerdruck. Aber wenn du halt als, ja, Zweitligaspieler alleine durchläufst, dass da halt nicht mal ein Abschluss dabei rumkommt. Also wenn der Abschluss rumgekommen wäre, wäre er wahrscheinlich einfach rein, weil das Tor war ja leer. Aber das sah jetzt auch nicht gut aus. Ja, man kann sagen, der Ball kommt nicht gut, aber es war jetzt auch nicht die einzig technisch ausbaufähige Aktion von Sascha Bosé in diesem Spiel. Also spätestens da muss es halt dann, also aus einer von diesen beiden Situationen muss ein Tor entstehen und es ist halt kein Tor entstanden und aus vielen weiteren Szenen konnte dann ja auch kein Tor mehr entstehen, weil in der ersten Halbzeit hat man einfach, also es gab keine wirkliche Offensivaktion mehr. Laut geworden ist es im Stadion da vor allem, weil sich Noel Furtkei ein sehr langes und sehr ausführliches Privatduell da geliefert hat mit Dominik Heinz. Ja, also ich fand auch ein bisschen viel Theatralik an heute, habe ich auch in meiner Alsterkritik geschrieben, hat man ja auch schon mal erwähnt, also man kann das schon machen, aber irgendwann muss man doch wissen, wann es gut ist und sich nicht, also nachdem beide gelb gesehen hatten und bei diesem weiteren Foul, hat er sich halt wirklich so in Neymar-Manier, ich glaube sechs oder sieben oder acht Mal gerollt über den Platz und das hat Noel Furtkei nicht nötig, das finde ich auch unsportlich, muss nicht sein und der Schiri ist ja auch nicht darauf reingefallen. Verstehe ich auch nicht, weil man halt, das haben wir auch schon öfter mal erwähnt hier, damit halt irgendwie auch dafür sorgt, dass Schüttel irgendwann denkt, naja, der ist eh nicht gefault worden, der lässt sich eh nur fallen und das hat er dann später, wenn wir einfach auch springen, in der, ja, ich glaube 55. und 56. kurz nach Wiederanpiff, gibt es ein, also Noel Furtkei zieht von rechts in den Strafraum, von links nach rechts in den Strafraum rein und wird auch von Erik Martl getroffen am Fuß, also kann man jetzt sagen, ob die, er fällt irgendwie so ein bisschen nach hinten, ganz komisch, ob das Trefferbild jetzt ursächlich war für den Sturz nach hinten, weiß ich nicht, aber er wurde einfach im Strafraum getroffen und kommt im Strafraum zu Fall und das hätte eigentlich, also Elfmeter sein können, Schrägstich müssen und vor allem hätte er, also der Kölner Keller ist nicht weit, ich kann nicht vorstellen, dass es da so arke Datenprobleme gab, dass er das nicht, dass der Bildausfall war im Kölner Keller und es wurde offenbar auch gecheckt, zumindest hat Daniel Schlager ja so kurz überprüft, ja, das Silent Check halt, er hat sich am Bildschirm gecheckt, aber also warum er dann da sagt, es war kein Elfmeter, ich weiß es nicht, also offenbar hat Daniel Schlager nach dem Spiel verlauten lassen, also nicht gegenüber Medien, sondern gegenüber Verantwortlichen der Spielvereinigung, dass er das im Strafraum, im Mittelfeld hätte es gepfiffen, im Strafraum nicht, weiß ich nicht, also es ist halt, wenn es ein Faul ist, es ist ein Faul und dann ist es egal, wo auf dem Platz das passiert, ja, da kann man sich jetzt dann verschaukelt fühlen als Spielvereinigung, aber es war jetzt nicht ursächlich, dass man das Spiel verloren hat, also ja, kann man sagen, hätte man nach der Pause vielleicht das 0-1 gemacht, aber hätte man ja auch deutlicher vor der Pause schon machen können und man muss das letzte Tor nicht kassieren, also es passte ins, Gesamtbild, dass man da einen Elfmeter hätte bekommen müssen, deutsche Schiedsrichter haben wir uns oft genug darüber aufgeregt, VAR haben wir uns auch oft genug darüber aufgeregt, insofern okay, aber das war ja eigentlich so die einzige wirkliche Offensivaktion, die es gab, in der Schussstatistik, die du vorhin erwähnt hast, zweieinhalb Zeit, ist ein Punkt sehr weit, also sehr nahe der Mittellinie fast schon, von Simon Aster, ich habe dann erstmal nach, also überlegt, was das für ein Schuss war, das war der, der halt so 7-8 Meter übers Tor geflogen ist und das war wirklich der einzige Schuss, bis zu diesem Kopfball von Gideon Jung, es gab einfach keine weitere Offensivaktion, Expected Goals, zweite Halbzeit, 0,0, Schüsse, einer, die Schussgefahr, natürlich 0,0, weil es trifft keiner von da, und das war's und die Kölner Grafik ist dann schon rund um den Strafraum sind da sehr viele Punkte, also ja, wurden viele geblockt, aber ich würde es da schon eher sehen, wie Gerhard Schruber, der Kölner Trainer, dass man sich halt die Kölner dann zumindest, auch wenn sie wirklich nicht gut waren, die Kölner, muss man auch dazu sagen, also es war jetzt kein überragender 1. FC Köln, der die Spielfang hergespielt hat, aber sie hatten halt einfach deutlich mehr Anteile, fast 70 Prozent Beibesitz, haben mehr investiert, haben mehr geschossen und dann haben sie halt, wie Schruber auch sagte, irgendwann das Glück halt auch vielleicht erzwungen oder die Mauer zum Bröckeln gebracht, wie er sagte und das Tor noch gemacht. Ja, wir haben gerade schon bei Simon Aster waren, auch das ist noch der Vollständigkeit halber, ich hab's schon mehrmals erwähnt, wir haben ja auch das beide schon festgestellt und sind ja die einzigen wahrscheinlich in Fürth, dass er eigentlich gefühlt schon seit Saisonbeginn in einem Formtief steckt, das wurde jetzt nicht wirklich besser, gefühlt ist ihm auch jeder Ball versprungen im Spiel, also ich fand das krass. Sacha Pensee war's ähnlich, also wir haben's vorhin schon gehabt bei der großen Chance, auch ihm sind viele Bälle versprungen, ich weiß auch nicht warum, also auch bei einfachsten Ballernahmen, der Ball teilweise so weit weggesprungen, bei Verluste teilweise, also vielleicht ist es auch Verunsicherung, aber es sind einfach auch krasse technische Fehler, die dir einfach auf diesem Niveau nicht passieren dürfen und die auch, um mit der Eingangsfrage wieder in die Analyse zu gehen, die einem auch Sorgen bereiten, dass man sich sorgen muss um die Spielvereinigung, wenn selbst einfachste Ballannahmen nicht mehr funktionieren, boah, das ist schon schwierig. Ja, und also ich, wie gesagt, also ich fand die Leistung jetzt auch okay, aber man muss ja auch sehr ehrlich sein, mit so einer Leistung gewinnst du jetzt, also wenn du die jetzt noch 15 Mal bringst, gewinnst du damit jetzt nicht acht Spiele. Ja, der Pass sollte man schon noch gewinnen, bis zum Saisonende. Ja, dafür sehe ich dann auch zu wenig Ansätze, zu viele Probleme trotzdem noch und ich, ja, es ist ein körperliches Problem, sicherlich, also ganz klar, also sehr eindeutig ein körperliches Problem. Man merkt ja, dass in der zweiten Halbzeit, also die Ansätze von Konter, die man ja auch durchaus hatte, die wurden gar nicht zu Ende gespielt, das passieren dann auch viel zu früh im Spiel dann schon, dass man seine Konter abbricht, dass man technische Fehler einbaut, die man vielleicht dann eher so von einem Ende des Spiels kennt, wenn man dann merkt, okay, Leute sind platt. Das merkt man jetzt einfach, man merkt schon, ich finde es über die ganze Saison trotzdem, man hat es ja oft schon gehabt, dass man nur eine gute, eine gute Halbzeit hatte. Ich spiele auch so vielleicht ein bisschen damit, damit rein und jetzt ist es aber offensichtlich, dass da viele grundsätzliche Dinge irgendwie momentan gar nicht funktionieren, dass die Leute einfach nicht körperlich nicht auf 100 Prozent sind. Dann wird man nahe an mit 100 Prozent. Nee, und das ist dann, wenn du natürlich im Profisport, im Profifußball, im Ausdauersport irgendwie mitmachen willst, der PS-Fähigkeit sein möchtest, wenn es dann auch an der Fitness mangelt, also das ist ja wirklich der absolute Grundstein, auf dem alles aufbaut, dass ich zumindest 90 Minuten lang mithalten kann, körperlich. Wenn das dann schon fehlt, dann muss ich natürlich sagen, dann ist es auch extrem hart, alle anderen Bausteine dann über 75, 80 Minuten ordentlich gesetzt zu bekommen. Wir haben es ja auch letzte Woche angesprochen schon, also die Zahl, minus 251, kommt ja irgendwo her. Bei den Sprints, also 251 Sprints weniger als der Gegner in den ersten Elfspielen. Jetzt in Köln waren es nur noch 156 Sprints und selbst die Kölner hatten 26 mehr und waren aber immer noch unter diesen 200, die ja normalerweise eigentlich, also ich kann mich nicht groß erinnern, dass ich diese Zahl mal gesehen habe, unter 200. Also gefühlt sprintet jede Mannschaft im Profifußball mindestens mal 200 Mal im Spiel. Und jetzt auch mal, ich habe ein bisschen Vergleichswerte rausgesucht. Jetzt Düsseldorf und Paderborn hatten das Spitzenspiel am Samstagabend, die haben beide 219 Sprints angezogen, das ist ja so der Durchschnittswert zwischen 200 und 220. Magdeburg und Ulm, beide 264 Sprints, also das ist ja 100 mehr als die Spielvereinigung. Klar, ich habe Leo Haas darauf angesprochen nach dem Spiel, er sagte, durch diese tiefe Positionierung muss man natürlich auch nicht, oder mussten nicht so viele Spieler sprinten, sprinten mussten ja vor allem die Stürmer vorne, haben sie ja auch gemacht, also da ist es nicht gescheitert am Einsatz, aber dann auch Massimo dann irgendwann ja auch verletzt, also auch das ist ja ein Fitness-Thema vielleicht, wenn man dann immer wieder angeschlagen ist. Leo Haas hat auch gesagt, das ist nicht gerade günstig, wenn man jedes Spiel drei oder vier Spieler angeschlagen oder verletzt auswechseln muss oder die Fitness nicht reicht beim einen oder anderen. Bis zum Ende hat man ja auch schon unter anderem bei Denise Beny oft genug, dass er auch früh raus musste in den Spielen. Und also das ist ja, wie du sagst, eine Grundlage und das ist vielleicht sogar die größte Baustelle, weil alles andere darauf ja aufbaut. Also wenn halt der Körper nicht mehr, also körperliche Fitness nicht da ist, der Körper eine Bitten macht, dann kann man sich auch nicht konzentriert verteidigen bis zum Ende, weil man irgendwie ständig irgendwas zwicken hat und auch der Kopf dann irgendwann müde wird, weil man halt immer sich durchbeißen muss und ja, es ist nicht wirklich verständlich. Ich werde nochmal einen Artikel dazu schreiben, erscheint am Dienstag in den Zeitungen und auf NND auch mit weiteren Aussagen von Leo Haas, die auch schon ziemlich eindeutig waren. Also diese Mannschaft ist einfach faktisch nicht fit, auch wenn er das ein bisschen umschrieben hat, aber sie ist nicht fit. Kann man natürlich jetzt nach Gründen suchen, also einer ist mit Sicherheit, dass man halt, also wenn ich mich ans Trainingslager erinnere, was für Spieler da dabei waren und welche Spieler jetzt dabei sind im Kader, welche Spieler spät kamen, welche Spieler im Sommer Problemchen hatten. Also Maxi Dietz war zum Beispiel halt unterwegs mit der Nationalmannschaft sehr lange, hatte eigentlich keine, gar keine Vorbereitung. Andere Spieler kamen halt, also wie Bonsé kamen sehr spät und sind jetzt ständig unterwegs mit der Nationalmannschaft noch. Ja, Marlon Mustafa war fast schon vergessen, ist gefühlt ständig krank und halt auch überhaupt nicht fit. Nehmanier Motika wurde eingewechselt, hat auch bis auf zwei Dribblings einfach in einer halben Stunde gar keinen offensiven Einfluss gehabt, also da geht ja vieles miteinander einher, aber ich würde schon sagen, dass halt vieles daran liegt, dass man den Kader dieses Jahr in seiner Gänze relativ spät zusammen hatte und man halt einfach auch bei manchen Spielern jetzt merkt, dass die Strapazen der letzten Jahre schon auch körperlich Spuren hinterlassen haben. Also wenn wir jetzt über die beiden wichtigsten Führungsspieler sprechen, Brandy Merigutta und Julian Green, hm, in diesem Spiel jetzt auch zum wiederholten Male. Also Green hat zumindest von den Daten her, fand ich, war ganz gut, er hat neun von zehn Zweikämpfen gewonnen, war da auch einigermaßen präsent, aber Brandy Merigutta ist ja gefühlt überhaupt nichts gelungen in dem Spiel. Also er ist Zehner, er ist der gefährlichste Offensivspieler dieser Mannschaft und hatte keine Chance herausgespielt, keinen Schuss aufs Tor, keine Vorlage, einfach mal gar nichts. und wenn halt dein bester Spieler nicht funktioniert, dann wird es schwierig, dass irgendjemand anders funktioniert. Und das ist ja auch seit Jahren ein Problem, dass halt hinter Brandy Merigutta eine große Lücke ist, die wollte man schließen mit dem Transfer von einem weiteren Stürmer, der Brandy Merigutta auch die Last des Tores schließens abnimmt, weil die Formulierung damals von Alex Zorniger, das ist auch nicht gelungen. Denn es ist eben ja auch nach der Einwechslung in diesem Spiel kaum präsent, diesmal kam er ja auch relativ spät, aber trotzdem auch Motika, ja, Lernder Pop, Dennis Paffner hat in der U23 gespielt, die 1-1 gegen Augsburg spielte, also das ist natürlich auch einer der Gründe, dass halt in der Offensive einfach gar nichts geht. Also die Fitness ist ein großes Problem und aber auch diese Offensive und ich habe es mir auch nochmal rausgeschaut in der Sefora-Geschichte vor unserer Aufnahme, die Formtabelle der letzten, also Formtabelle ab dem Regensburg-Spiel, seit dieser Länderspielpause, da wird es auch die offensive Harmlosigkeit nochmal extrem, extrem bewusst, denn man hat in diesen 8 Spielen seit diesem Regensburg-Spiel 8 zu 19 Tore, 5 Punkte, also ein Sieg in 8 Spielen, ja, und aber 8 zu 19 Tore mit dem Wissen, dass man in der 4 auf Schalke geschossen hat, das heißt, man hat in den 7 weiteren Spielen 4 Tore geschossen nur, ich habe da immer die Worte im Ohr, vorne sind wir immer für ein Tor gut, mittlerweile auch nicht mehr wirklich, also gegen Elversberg 0, in Braunschweig 0, im Derby 0, jetzt in Köln 0, gegen Düsseldorf und Darmstadt 1, in Magdeburg waren es 2, davon aber auch der geschenkte Elfmeter dank Daniel Hebert, der den Ball aufhebt, also das ist ja, wir haben jetzt viel über Defensive auch gesprochen in der letzten Woche, die auch nicht gut steht, die viel zu viele Tore zulässt, in diesem Spiel stand sie jetzt mal gut, aber man muss das irgendwann auch wieder in Einklang bringen, also ja, vielleicht war das, wie manche Verantwortlichen betonen, ein erster Schritt, aber dem müssen halt noch nicht zwei, drei, sondern gefühlt zehn weitere Schritte folgen und ich weiß, ob da eine Länderspielpause ausreicht und das jetzt alles, was da im Argen liegt, wir sind jetzt im November, die Vorbereitung war im Sommer, im Juni, Juli, da muss man die Grundlagen legen und jetzt plötzlich körperliche Aufbauarbeit und Grundlagenarbeit im November mitten in der Saison zu machen, das ist jetzt auch keine besonders schöne Erkenntnis und ich glaube auch, dass Leo Haas sich das ein bisschen anders vorgestellt hat, also das ist ja für ihn auch extrem schwierig, wenn du jetzt plötzlich, also Leo Haas ist ja eigentlich, hatte ich auch erwähnt, ein offensivdenkender Trainer, ich hatte nach dem ersten Spiele hier ja schon das Revival des Vierter Flachpass erwähnt, wir wurden ja auch schon aufgefordert auf Facebook in der Vierter Flachpass Gruppe den Podcast umzunennen, vielleicht ist er doch das Vierter Langholz jetzt oder Kick and Rush, wobei Kick and Rush zu nah an Click and Rush ist an dem Premier League Podcast, der Hebelbrüder von Sky, aber Fußballspielen will beim Klebaut offenbar gerade keiner so wirklich und das ist aufgrund des krassen Fokus auf die Defensive nicht gewollt, aber ja, was machen wir jetzt, Chris, in allen Statistiken ist alles ernüchternd und dann sagt aber nach dem Spiel alle, es war ein richtig guter Auftritt und es war ein Schritt in die richtige Richtung, ist es nach außen hin, um es zu signalisieren, das ist schon ganz okay, ist es Schutz oder meinst du, die Menschen glauben wirklich, dass jetzt alles gut ist oder zumindest vieles gut ist, gut war? Also das kann ich mir nicht, kann und will ich mir nicht vorstellen, weil also die sportliche Einschätzung da, klar, es gibt immer verschiedene Meinungen, aber das war jetzt nicht so super und man hat sich so viele tolle Ansätze dabei, auf die man jetzt langfristig aufbauen kann. Ja, man rettet sich damit natürlich jetzt einfach in die kurze Pause rein und sagt, ja gut, war vielleicht auch nur 0 zu 1, ein spätes 0 zu 1. Der Punkt wäre ja auch okay gewesen trotzdem, man hat sich irgendwie ermauert, aber ich weiß auch nicht, was man jetzt machen soll, weil das geht natürlich immer auch, wenn es so eine Saison relativ lang ist, dann geht es ja auch immer um Matchfitness und wenn man beklagt sich ja dann schon auch vielleicht in Deutschland, weil der Rhythmus anders ist über den Englischwochen, wenn ich jetzt dann irgendwie noch Ausdauer mit reinbringen muss, dann wird es natürlich noch heikler, diese ganze Trainingssteuerung, um dann am Wochenende 100% fit und regeneriert zu sein. Also da bin ich wirklich gespannt, wie man das machen will. Vielleicht muss man da auch irgendwie schauen, dass man dann, ich weiß nicht, ob dann in den Cola-Flaschen nur noch Wasser drin ist oder man da sonst irgendwie schaut, dass man da schläferwertbare Kohlenhydrate und sonst noch was mit reinbringt, dass man die Leute irgendwie damit von außen noch ein bisschen füttern kann, je nachdem, was da vielleicht auch fehlt, um das ein bisschen zu übertünchen für ein paar Minuten, wenn der Akku dann doch zu schnell zu leer sein sollte, aber ansonsten ist es wirklich jetzt eine Perspektive, die jetzt zumindest erst mal Richtung Winter, da hat man ja dann ein bisschen Pause und dann kann man das noch besser steuern. Aber die Trainingssteuerung, da die Balance zu finden, die richtigen Trainingsinhalte zu finden, zu schauen, dass man die Leute körperlich aufbaut und halt, es geht ja auch nicht nur darum, einzelne Spieler körperlich aufzubauen, es geht ja, wie gesagt, um Grundlagenfitness, es geht dann noch um angeschlagene Spieler, die man hat, also man muss ja auch noch Verletzungen auskurieren, man hat Spieler, die gar keine Rolle spielen, weil sie irgendwie dauernd krank und oder verletzt sind, die muss man auch noch irgendwie ranführen, dass man dann auch immer seinen 20er Kader hat zum Wochenende. Also es sind jetzt nicht mehr so viele Spiele bis zum Winter, aber also sechs Punkte oder so sollten es schon noch sein, die sind auch locker drin, man muss ja jetzt nicht immer vier Tore schießen, für einen Sieg, wenn man da zweimal 1-2 gewinnt und dann ansonsten vielleicht nicht so gut spielt, dann reicht es erstmal auch vielleicht, um sich ein bisschen über die Ziellinie da zumindest Richtung Winter zu retten, aber ich würde trotzdem auch nochmal im mentalen Bereich ansetzen, ich bin immer noch der Meinung, dass wir vielleicht mit einem, ja, trotzdem mit einer Art Feuerwehrmann, der klar kommuniziert, okay, wir machen das bis zum Sommer und dann kann man immer noch auf Leo Haas zurückgreifen. Das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also wenn man ihn jetzt quasi abserviert, dann im Sommer sagt. Ich fände es nicht so schlimm, also ich, die Situation ist ja doch eine besondere und die Umstände sind ja auch klar, also ich würde es jetzt auch nicht als sportliches Scheitern sehen, sondern einfach, dass auch die psychologische, die Probleme sind einfach so all, also so umfassend, dass man da vielleicht eine andere Aura braucht, ein anderes Alter, eine andere Person, die man auch anders wahrnimmt und dass sich dann die große Vorbereitung, das große Ganze, die größere Entwicklung dann auf den Sommerschieb, also ich fände es nicht so schlimm, wenn er im Verein bleibt, die bei der U23 trotzdem noch nah dran ist und man das auch darauf dann plant, wenn man da jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt aber für diese besondere Situation, in der wir uns befinden, brauchen wir jemanden, der das bis zum Sommer irgendwie rettet, dass wir keine anderen Ansprüche mehr haben, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt Richtung Platz 10 oder 9 schauen, sondern es geht nur darum, dass wir nicht 16. werden oder 17 oder 18. Das ist ja, das ist ja das einzige Ziel sein kann derzeit, also die Formtabelle sagt es ganz klar, wir nehmen auch vor den, aus zermüdlichen Gründen, vor den Sonntagsspielen, aber da ist es auf Platz 17, Jan Regensburg ist noch dahinter, aber auch nicht mehr viel weg von der Spielvereinigung und das sagt ja, dass die Spielvereinigung gerade und jetzt halt auch seit September, also jetzt auch schon nicht nur über zwei, drei Wochen, sondern über längere Strecke auch gesehen, faktisch eine der schlechtesten Mannschaften der Liga ist, wenn das gerade von der Form sogar die schlechteste. Also Jan Regensburg hat jetzt ja auch mal wieder gewonnen, also Platz 17 ist in der Formtabelle, Platz 18 bei den Expected Goals against, das kommt alles nicht von irgendwo und besteht ja den Eindruck, den man auch hat, dass man sich da wirklich extrem, extrem sorgen muss und ich fand es krass, dass halt, also Leute, von dieser Zeit einen erfahrenen Mann, Dieter Hecking ist ja Trainer in Bochum, die haben jetzt einen Punkt geholt gegen Bayer Leverkusen zu Hause, gegen den Meister, gut, Leverkusen lässt derzeit viele Punkte liegen, aber da wurde er danach von diesem, also von diesem erfahrenen Mann mit der großen Aura und so geschwärmt auch von den Spielern. Also ich will nicht sagen, dass Leo Haas keine Aura hat, ich habe es ja schon oft genug gesagt, er hat, ich halte ihn für einen guten Trainer immer noch, mit einer Sommervorbereitung, mit einer fitten, funktionierenden Mannschaft, das kann ich mir sehr gut vorstellen, man hat ja auf Schalke auch gesehen, was möglich ist, wenn seine Idee von Fußball, auch mit dem Spiel in die Tiefe mit betont viel Fußball von hinten heraus spielen, wenn das funktioniert, aber jetzt gerade ist es halt nicht so, so eine kleine Handwerkertätigkeit, die man in einer halben Stunde erledigt, sondern es ist halt einfach eine Großbaustelle, für das man wahrscheinlich einfach erfahrene Arbeiter braucht und also um im Bilde zu bleiben, ja, es ist halt auch für ihn schwierig, also es wird ja von jeder, jeder Woche wird es ja für ihn noch schwieriger, weil halt die, die Mängelliste wird immer länger, es tun sich immer mehr Probleme auf irgendwo, jetzt, er sagt das ja nicht einfach so öffentlich, auch wenn ich, also klar, es ist schwierig, es zu verheimlichen, wenn es offensichtlich ist, aber diese fehlende Fitness, das ist ja, also, was willst du als Trainer machen, du kannst auch nicht innerhalb von zwei Wochen ein Bootcamp machen und alle sind plötzlich fit und immer verletzt, noch dazu, weil ja manche Verletzungen von Spielern auch vielleicht mittlerweile so strukturell sind, dass es halt einfach auch, dass es nun mal viel besser wird, also Luca Itter ist ja gefühlt, hat ständig irgendwo irgendwelche Probleme, er hatte diese lange Schambeinentzündung, jetzt hat er irgendwelche Probleme mit dem ISG, Ilios Sakral, Gelenk, die nach unten ausstrahlen, geht und jung hat, war ja eigentlich mal körperlich relativ stabil, jetzt hat er auch wieder Probleme, Marco Maio, haben wir auch schon oft erwähnt, kommt auch nicht mehr wirklich an diese, ja, an die Fitness und damit auch nicht mehr an die Leistung ran, die er vor seiner schweren Verletzung hatte, was mir immer noch für ihn leid tut und was glaube ich ihm auch weh tut, weil er ja in einer extrem guten Form damals war, bevor er diese Verletzung hatte, ja, Dennis Sabini hatten wir auch oft genug erwähnt, auch der wirkt jetzt nicht mehr so, als ob er, zumindest was Fitness angeht, da jetzt auch vorangehen kann, der Mannschaft, ja und dann wird es halt irgendwann, also wenn halt von deinen Stützen schon fast keiner mehr so wirklich funktioniert, wie soll dann da ein 18, 19-Jähriger funktionieren noch dazu, weil die halt einfach alle einfach noch nicht so weit sind, das wissen wir jetzt mittlerweile ja auch, was dann auch so ein Schlaglicht auf die Kaderplanung natürlich nochmal wirft, wenn wir jetzt auch noch am dritten der Saison da drauf schauen, ich hatte im Sommer ja mit Raschid Asusi lang darüber gesprochen, dass man quasi so ein bisschen wieder weggegangen ist von dem Leihmodell, zumindest bis man die zwei späten Leihen noch getätigt hat mit Motika und Mustafa, dass man den Spieler fast schon ein Jahr früher holt, auch schon direkt so aus der U19 holt, um sie dann aufzubauen, um sie aber als eigener Spieler unter Vertrag zu haben, sie nicht geliehen zu haben und ihnen quasi auch die Zeit zur Entwicklung zu geben, aber man kann das ja machen so, ist auch vollkommen okay, aber dann kann man nicht sagen, das ist unser Kaderplatz 15, 16, 17, also weil man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass ein 19-Jähriger aus der U19 kommt, im ersten Herrenjahr sofort eine Alternative ist, wenn drei ausfallen, also das kann schon mal funktionieren, ist schön, wenn es so ist, aber es kann nicht sein und dann, dafür ist halt dieser Kader, merkt man jetzt auch, erstens mal nicht ausgewogen genug und einfach auch quantitativ nicht gut ausgestattet, wir merken es ja auch, Brianne Miragota würde es wahrscheinlich auch mal gut tun, einfach mal eine Pause zu bekommen, um sie auch mental zu erholen, aber da ist halt einfach niemand, also es ist einfach niemand, der ihn ersetzen kann, der Einzige, der ihn ersetzen kann gerade, wäre Julian Green, dann tut sich aber weitere Lücke auf, weil wer spielt dann auf der Acht und Sacha Bonset, haben wir vorhin schon erwähnt, war jetzt schon zweimal, wenn man in der Nationalmannschaft unterwegs sei, der in Fürth ist und er wird jetzt wieder unterwegs sein, hat mir Leo Haas bestätigt, die Nationalmannschaft in Burkina Faso spielt zwei Spiele wieder in der Länderspielpause, das heißt, er wird da wahrscheinlich auch wieder spielen, er ist ja eigentlich Stammspieler in dieser Mannschaft, sie spielen glücklicherweise schon, ich glaube, das zweite Spiel ist schon am Montag, ich glaube Donnerstag und Montag spielen sie also am Montag kommende Woche, ist schon das zweite Spiel, aber trotzdem hat er ja wieder Flugkilometer dahin, er hat wieder ein Training mit Sicherheit und keines, dass er mal als regeneratives Training ansehen kann und sie spielen am Montag in Malawi, Chris, sagt dir das noch was, Malawi, war dieses Podcast schon mal Thema? Malawi, nee, Malawi, Buntbarsche, Malawi See, Malawi, 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 Osama Haddadi, der hat in Tunesien auch mal da gespielt in Malawi und da war damals die wunderbare Stadt Lelongwe, das ist die Hauptstadt von Malawi, die war damals ihr Thema, denn Osama Haddadi war auch mit der Nationalmannschaft von Tunesien in Malawi unterwegs in der Quali für den Afrika Cup und jetzt Schätzfrage, Luftlinie von Frankfurt, ich habe jetzt mal getippt, dass sie nach Frankfurt fliegen von Afrika aus, Luftlinie, auch liebe Hörer und Hörer, jetzt miträtseln, die jetzt Fahrstuhlmusik einspielen, keine Ahnung, 7500 Kilometer, 7500, 14 Stunden ungefähr Flugzeit, sagt Google Schnellrecherche, Fahrstärke knapp 11.000 Kilometer, ich glaube nicht, dass er mit dem Auto fahren wird, also trotzdem, aber 7500 Kilometer Luftlinie, diese Zeit im Flugzeug, das ist ja nochmal ein ganzer Tag eigentlich, den du dann komplett geschlaucht bist und das noch in dem Wissen, dass er halt einfach eh schon körperlich wahrscheinlich an seinen Grenzen spielt, was man jetzt auch in jedem Spiel mehr sieht, weil ihm halt einfach, wie vorhin schon gesagt, die einfachste Fehler unterlaufen und auch da, also ja, Philipp Müller könnte man mal wieder reinwerfen, weil unter ihm hat man zumindest noch mehr Punkte geholt, wenn er auf der 6 gespielt hat, also ja, wird auch an den Gegner gelegen haben, aber ansonsten ist da im Mittelfeld keiner, Schumann-Konsbruch dürfte jetzt langsam wahrscheinlich mal wieder ins Training einsteigen, während der Länderspielpause, war auch in Köln schon dabei, ist auch normal gelaufen, also das finde ich auch gut, dass er zumindest in den Alltagsklamotten auch bei dem Spiel da ist, um zumindest zu signalisieren, dass ihm das irgendwie was bedeutet und ich glaube auch, dass Schumann-Konsbruch das was bedeutet, ihm ist nicht völlig egal, es gibt ja andere Spieler, die bleiben halt dann einfach zu Hause, er war da und da könnte einer sein, der dann zumindest auf der 8 mal spielen kann, oder auf der 10, aber das ist ein Spieler und ansonsten ist da einfach nichts, da ist einfach eine Lücke und deswegen wird es ja auch nicht funktionieren, da Spielern jetzt mal Pausen zu geben, also die Pause kann man jetzt in diesen zwei Wochen geben, ich glaube auch, dass in diesem internen Testspiel jetzt nicht alle dauerhaft spielen werden können, deswegen bin ich auch gespannt, ob man das hinkriegt, da wirklich ein 11 gegen 11 zu spielen, außer man nimmt halt die halbe U19 und U23 dazu, aber ansonsten weniger bauliche Aussichten. Sehr, sehr weniger bauliche Aussichten. Deswegen muss man vielleicht dann nochmal irgendwie in den Kopf kommen, wenn ich andere Stellschrauben, wenn die vielleicht extrem hart zu drehen sind, dann das wäre eine, die nochmal vielleicht, vielleicht, also natürlich ist es eine harte Aufgabe, aber die man mit einem einfachen Ansatz drehen könnte, weil ansonsten hatten wir ja wenig Möglichkeiten momentan zu machen, also wenn dann Sascha Bosé untergespielt, dann Dienstag Rückreisetag hat, Mittwoch vielleicht ein bisschen am Fahrrad trainiert, dann ist er am Donnerstag, kann er trainieren, am Samstagsspiel. Also er kennt zumindest die Mannschaft mittlerweile, er kennt eigentlich die Abläufe. Ja, aber erholt ist er ja dann auch wieder nicht, also das ist ja dann auch so eine Sache, die Erholung bräuchte er mal, natürlich ist es immer schwierig, wenn man sagt, ja, du hast deine Liga und wie willst du dich da erholen, aber zumindest, zumindest etwas, vielleicht kriegt er seinen Kopf ein bisschen frei über die Kilometer, aber ansonsten, ja, man kann sonst nicht viel ändern. Ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, wie man irgendwie spielen sollte, man kann es nur noch irgendwie probieren und dann... Ja, wir können ja davon ausgehen, dass, also es hieß ja, also auch von Nico Gießenmann, das muss jetzt so der Ansatz sein, hat der Trainer auch gesagt, für die nächsten Spiele. Boah, das stelle ich mir im Rundhof auch schwierig vor, in einem Heimspiel, dann zu Hause oder in Ulm, also 30 Prozent Ballbesitz. 30 Prozent Ballbesitz gegen Ulm, glaube ich, nett, oder gegen Ulm auch, also das ist ja das Nächste, noch die Spiele, die bis zur Winterpause anstehen, ja, zu Hause gegen KSC haben wir jetzt vorhin schon erwähnt, dann geht es nach Ulm und das ist halt, also das darfst du auf jeden Fall schon mal nicht verlieren, dieses Spiel, das ist ein typisches, es ist eine Mannschaft hinter dir in der Tabelle, im Abstiegskampf, gegen die darfst du zumindest es nicht verlieren. Die Ulmer haben aber auch Oberwasser, sind auch in der Formtabelle deutlich vor der Spielvereinigung, weil sie einfach auch schon Spiele gewonnen haben, also deutlich zwei Plätze, aber auch selbst die Mannschaft, die ja individuell, personell, einfach auch extrem limitiert ist, aber die ist auch schon davor, die haben neun Punkte, also eigentlich musst du da gewinnen, das ist ja ein Aufsteiger mit einer sehr jungen und wie gesagt, insgesamt limitierten Mannschaft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit einem 5-3-2, wo von sieben Spielern am eigenen 16er stehen, in Ulm gewinnst, du musst ja irgendwie in irgendeiner Form auch mal Offensivaktionen generieren, also du kannst auch in deinem Heimspiel das ganze Spiel 30 Prozent bei Besitz haben und den Gegner kommen lassen, weil der KSC hat dann schon noch mal die individuelle Klasse. 140 Ballaktionen, Marvin Warnicek, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, also. Na, auch wenn wir über die, sagen wir mal, die Gefühlslage und Stimmungslage in Fürth sprechen, du kannst nicht in ein Heimspiel gehen und dem Gegner den Ball kommen, du überlassen und sagst, ich mache einfach gar nichts, außer ich stelle mich hinten rein, also das kann, man kann sagen, das war jetzt in Köln ein erster Schritt, um von diesen zwölf Gegentor mal auf null zu kommen, gut, das war 93 Minuten lang die Null und dann war es eins, aber trotzdem war das insofern im Verteidigen ja ein Fortschritt, aber du musst ja auch im fußballerischen irgendwie einen Fortschritt machen und klar, es ist ja auch schwierig, wenn man sagt, vorne laufen zwei Stürme an, Brenner Magoda ist irgendwo als Freigeist dazwischen und der Rest steht einfach hinten, also da kann ja fast schon kein fußballerisches, kein fußballerischer Offenbarungseid dabei rumkommen, weil man ja auch so groß abstindet und hat, wenn die einen ganz vorne anspringen und dann ist ja schon mal 30 Meter nix, ja, dann kann man es ja fast nur mit langen Schlägen überbrücken und ja, wie gesagt, es hat geklappt in Köln einmal, da muss man es machen, aber auch das kann man am Heimspielern dauerhaft machen, also man muss ja irgendwie auch ein bisschen einen Anspruch ans eigene Tun haben, dass man auch Fußball spielt, das ist ja Fußballspiel, spielen, ist da einfach impliziert und das, ja, also ich möchte nicht in Leo Haas Haut gerade stecken, weil er hat ja auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass es auch schwierig ist, eine Mannschaft, die extrem auf Gegenpressing und Pressing gepolt war, hat ja auch nicht mehr funktioniert, haben wir schon zu Genüge hier thematisiert, um zu polen auf einer, die Fußball spielt, jetzt hat man ihr das Fußballspielen auch wieder aberzogen, kann man das sagen, aberziehen, ja, aberzogen in Köln und gesagt, spielt den Ball einfach lang vor, weil dann können wir zumindest keine Fehler machen und dann jetzt dann irgendwie wieder den Switch hinzubekommen zu einer Mannschaft, die defensiv gut steht, aber trotzdem auch ihre eigentliche vorhandene Qualität mit dem Ball in irgendeiner Form ausspielt, ja, aber übrigens, wenn wir jetzt über den Karlsruhe SC sprechen, ist er in der Formtabelle auch ein bisschen weiter hinten, also auch keine Topmannschaft der zweiten Liga mehr. stark angefangen, stark nachgelassen, wahrscheinlich. Aber trotzdem auch von der individuellen Qualität eine Mannschaft, die Discher auch wehtun kann, wenn du tief stehst. Das erinnert mich jetzt wirklich so alles so ein bisschen vor Augen für stark an die Bundesliga-Saison gerade, weil man wirklich zehn Baustellen hat, nicht weiß, wer spielen soll, nicht weiß, wie man zu Punkten kommen soll und sich irgendwie Strohhalme rauspickt, an denen man sich halten kann, um dann irgendwie so ein paar Pünktchen zu ergaunern, aber das hat man jetzt halt einfach in der zweiten Liga. Und das ist ja deutlich existenzbedrohender, also da muss man ja auch kein Hehl draus machen, absteigen darf man nicht und das sollte man möglichst nicht. Ich glaube, man kann es schon beim Dürfen lassen, also wo das hinführt, ich will es mir noch nicht ausmalen, es ist auch viel zu früh, um deinen Abgesang zu starten. Nach Ferl. Ja, nach Ferl wurde ja auch schon überall erwähnt. Ja, ich war im Stadion von Ferl noch nicht, ich möchte aber auch nicht hin, also wenn ich hinwollen würde, würde ich hinfahren und mir halt das Spiel dort anschauen, aber ich muss nicht bei der Spielvereinigung da hinfahren. Und ja, das müssen wir jetzt nicht hier ausführlich noch besprechen, aber dass das wirklich existenzbedrohend wäre und dass selbst in der dritten Liga ja genügend Vereine sind, die insgesamt von ihrem Ganzen, von ihrer Struktur und auch von ihrem Potenzial deutlich über der Spielvereinigung liegen, das ist ja klar. Also da bist du ja selbst als Absteiger in der dritten Liga jetzt nicht unbedingt klar gesetzt als Aufstiegsfavorit sofort wieder. Vielleicht noch, weil du sagen kannst, du hast mehr Fernsehgeld als andere, aber dann muss es halt auch wie bei Janne Regensburg zum Beispiel klappen im ersten Jahr, dass du sofort wieder hochgehst. Dann ist es okay vielleicht zu sagen, dann nehme ich das ein Jahr mit, das ist auch finanziell nicht gut, weil du halt trotzdem ein Jahr große Einbußen hast, aber dann geht es noch. Aber längerfristig in der dritten Liga, ich möchte KTS vor 1860 werden. Deswegen? Deswegen? Zählt nur ein Sieg gegen den KSC? In Karlsruhe. Ja. KSC zu Hause geht es ja glaube ich schon. Also KSC zu Hause. Na 4 zu 3 gab es damals. Ja, mit einem Mann weniger. Ja, da müsste aber Dixon Abiyama mitspielen, der zwei Tore damals gemacht hat. Ja, ich glaube, der würde jetzt sogar gar nicht mal Nein sagen momentan zu einem Kaderplatz in Fürth, da er glaube ich ganz gute Karten hätte, auf Spielzeit zu kommen. In Lautern war er nicht im Kader am Freitag in Nürnberg. In Fürth wäre er relativ sicher im Kader allein schon, um anzulaufen mal. Auch das, ja, eine weniger bauliche Erkenntnis für Dixon Abiyama, dass ich sie wahrscheinlich ein bisschen auch verwechselt hat mit dem Wechsel zum FCK. Gut für die Spielfonds, dass es Geld dafür gab, aber wir müssen heute nicht auch noch den Kader des ersten FCKs aus Lautern sezieren, aber ja, dann harren wir einfach der Dinge, freuen uns, dass Länderspielpause ist, wie vielleicht viele, dass wir einfach mal, also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, dass wir mal ein bisschen abschalten können. Ich glaube, wir haben ja letztes Mal auch genug Dinge angesprochen, genug Podcast-Folgen produziert, dass wir uns auch eine Podcast-Länderspielpause gönnen können und dann sprechen wir halt einfach nach dem Spiel gegen den KSC und vielleicht ist dann ja einfach alles gut. Wir wissen es nicht, es gibt ja Wunder. Ich hätte da nichts dagegen, mit 13.000 Zuschauern und dann Heimsieg und danach ist erst mal wieder der Druck ein bisschen raus, weil man ja dann trotzdem immer relativ Stellsprünge wieder macht, was auch von der Punktzahl dann wieder okay wäre und dann diesen einen Sieg Richtung Winter dann schon hätte. Also da würde ich nicht, hätte ich absolut gar nichts dagegen, gute Stimmung, dann vielleicht mal wieder zu Hause. Das wäre glaube ich für alle, wären das sehr erbauliche Aussichten, aber es ist auch wirklich gut, wenn man da mal zwei Wochen Pause hat. Das ist für alle Beteiligten sehr, sehr gut, auch für das Umfeld, für die Fans, da jetzt mal einen kleinen Keil reinzutreiben und dann schauen, was Samstagmittag gegen Karlsruhe geht. Schauen, was wird. Dann verbleiben wir so. Ich sage danke dir, Chris, wie jede Woche. Ich habe zu danken. Wie auch jede Woche hast du mir zu danken, hast du uns allen zu danken. Nein. Ja, es gibt immer viel gutes, es gibt viel Feedback, es gibt viel gutes Feedback, auch persönlich, viel Feedback auch da. Dankeschön. Ja, bekomme ich auch zu Genüge, auch nicht immer nur positives Feedback, aber es sind ja schwierige Zeiten, in denen wir leben, da kann man vielleicht nicht immer alles richtig machen. Wir können es zumindest versuchen, wir haben es auch in dieser Folge wieder versucht und dann sage ich danke alle, die bis hierhin dran geblieben sind, alle, die sich gemeldet haben, die sich melden, alle, die diskutieren, jetzt fällt mir schon das Wort finden, so schwer wie dem Kleeblatt, ein geordneter Spielaufbau. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de und nn.de